Hallo und herzlich willkommen bei CarRanger. Willkommen aus Bielefeld, eine Stadt, die es wirklich gibt. Das haben Tim und ich geklärt, als wir schon mal hier waren bei Bereza. Da hat der Marcel uns hergeholt, wir haben uns die C-Klasse angeschaut, haben uns 208er angeschaut. Das war wirklich schick, aber heute haben wir ein richtig dickes Ding für euch. Wer jetzt erwartet, dass ich einen Einblick von diesem LKW mache? Würde ich wirklich gerne, aber ich glaube, ich kriege den hier nicht rausrangig. Viel interessanter ist doch CarChanger. Da habt ihr lange nichts von gehört. Günstiges Auto, teurer machen und am Ende kann einer von euch ein Auto gewinnen. Haben wir das schleifen lassen? Vielleicht ein bisschen. Aufgegeben? Nein. Heute geht es weiter und wir klären die Frage, was könnt ihr am Ende für ein Auto gewinnen? Und ja, da haben uns die Jungs und Mädels von Bereza ein bisschen unter die Arme gegriffen. Von daher würde ich sagen, ich befreie mich von hier, weil ich bin nicht Jean-Claude Van Damme und kann den ganzen Tag hier stehen. Und dann gucken wir mal so, was auf euch wartet und was man jetzt auch gewinnen kann, wenn wir mal ein Event machen. Von daher, ja, gehen wir mal rein. So, wir haben es nach drinnen geschafft und Menschen, Nila, Nila, Menschen. Ja, du darfst uns heute mal so ein bisschen begleiten, oder? Ja, richtig, genau. Ich bringe dich gleich zu deinem neuen Auto. Ja, eigentlich ist es ja das Auto von allen Menschen, die quasi intim gerade drin stecken, weil für die wollen wir das machen. Ich habe es dir eben so ein bisschen erklärt. Wir wollen uns da hochtauschen und können uns was Gutes holen. Was machst du hier eigentlich normalerweise? Ich bin Verkäuferin, Pkw-Verkäuferin. Für was für Autos? Neuwagen überwiegend, aber auch Gebrauchtwagen. Also sowas zum Beispiel. Genau. Wir haben hier überwiegend Neuwagen stehen. Draußen, habt ihr euch, glaube ich, wahrscheinlich auch schon mal ein bisschen umgeguckt, da sind die ganzen Gebrauchtwagen, junge Gebrauchtwagen, maximal so drei Jahre alt, maximal 40.000 gelaufen, so in den Dreh. Genau, wobei man sagen muss, das hier sind solche Autos, die für Leute wie uns, die jetzt mit so einem ganz schmalen Taler ankommen, nicht so wirklich drin sind. Aber auch da könnt ihr ja grundsätzlich helfen, oder? Genau, genau. Also wir haben ein Center, GW Megastore heißt das in Senden und da sind dann die älteren Gebrauchtwagen zu günstigeren Preisen. Da kann man auch schon einen für 10.000 oder 15.000 schießen. Genau, wobei älter ja nicht schlecht ist und man fällt immer noch Mercedes. Genau. Und wenn wir jetzt hier mal so durchgehen, das ist ja alles aktuelle Modell. Was ist dein Lieblingsmodell im Moment? Mein Lieblingsmodell, es gibt so viele schöne, also die neue C-Klasse ist sehr schön geworden mit dem großen Display, inhalt der neuen S-Klasse, aber auch die G-Klasse. Aber wenn ich jetzt eine G-Klasse bei dir bestelle, muss ich ja ziemlich lange warten, oder? Ja, musst du ziemlich lange warten, ja. Gibt es da nicht irgendein Modell, also einfach mal aus Interesse, was für ein Auto kriege ich eigentlich am schnellsten im Moment? Wenn ich zu denen sage, ich muss unbedingt einen neuen Mercedes sein, so wie ich ihn konfiguriert habe, was kommt im Moment am schnellsten? Also bei jeder Baureihe müssen wir momentan so ein Jahr einkalkulieren, ungefähr, aufgrund der Halbleiterthematik. Also es ist aber dann fast egal, ob ich eine B- oder C-Klasse, es dauert halt ungefähr. Außer man nimmt sowas Schönes in dem grünen, dann dauert es halt zwei Jahre wahrscheinlich. Zwei, zweieinhalb Jahre, ja, das dauert schon etwas länger. Sorry Tim, wir können also für dich keine keine G-Klasse so wirklich mitnehmen, aber dann würde ich sagen, geh doch mal da an, damit wir vorwärts hier ein bisschen durchplanieren können. Ja, für die G-Klasse reicht unser Budget leider nicht wirklich, aber das nächste Auto, was wir sehen, da sind wir ja farblich schon mal in der gleichen Welt eigentlich unterwegs. Genau, da sind wir schon mal ganz nah dran. Also das ist zu dem Auto, was wir holen, das ähnlichste, was ich ja schon so mitfinde. Gleiche Farbe und auch ein Stern drauf. Gleiche Farbe. Guck mal, unser Auto wird auch vorne in der Park Distance Control haben. Richtig, genau. Vorne und hinten. Aber ansonsten halt so ein bisschen außerhalb des Budgets. Ein bisschen. Wie würdest du das einschätzen, wenn ein Kunde zu dir kommt und sagt, eine S-Klasse ist das, was interessiert. Wie viel Prozent von denen sagen dann noch? Ja, Maybach. Da muss auch Maybach draufstehen. Sind das ganz wenige? Ganz, ganz wenige. Kommt wahrscheinlich auch auf die Region an. So ein Prozent? Ja, maximal. Ja gut, dann wird es bei euch eigentlich noch viel interessanter. Da steht überall auf einmal AMG drauf. Genau, hier kommen wir in die AMG-Ecke. Aber lass mich raten, dafür hat unser Budget auch nicht gereicht. Dafür leider auch nicht. Nein. Aber ihr könnt euch trotzdem freuen. Wir können uns trotzdem freuen. Genau. Es ist nämlich ein Auto aus dem GW Megastore. Das heißt, ihr habt da auch das Auto TÜV geprüft. Ihr habt frischen TÜV drauf. Garantie ein Jahr. Genau. Das heißt, ich habe auf jeden Fall das gute Gefühl, ich fahre mit einem geprüften, ordentlichen Mercedes vom Hof und habe mir nicht irgendwas geholt. Und man hat vielleicht am Ende sogar noch ein bisschen Geld übrig gehabt, um mal in Urlaub zu fliegen und Co. Weil ja nicht alles für die Leasingrate für den Maybach drauf geht. Weil ich unbedingt einen Maybach haben wollte. Und dann haben wir ja auch andere Sachen, so wie Transporter und Co. Das ist aber alles gar nicht mal so spannend. Und ja, Tim, ich weiß, jetzt wird es schwierig für dich, abzubiegen. Aber ich glaube, ich kann schon so ein bisschen was erkennen. Genau. Ich habe den Wagen nämlich schon für euch vorbereitet. Aber wir sind ja jetzt hier quasi in so einer Auslieferungshalle. Aber das... Genau. Wir sind jetzt gerade in einem von unseren Auslieferungsboxen. Hier finden die Fahrzeugauslieferungen statt. Hier im Center in Bielefeld. Hier findet dann die Fahrzeugerklärung statt beispielsweise. Und hier wirst du dann... Genau. Das heißt, ich kriege aber auch sowas klassisch wie eine Erklärung. Weil ich muss sagen, bei jedem Auto, egal ob ich es gebraucht gekauft habe oder so, ich habe Dienstlagen bekommen oder ähnliches. Und mir wurde noch nie was zu einem Auto erklärt. Ich bin jetzt vielleicht auch nicht der Typ, der das braucht. Aber grundsätzlich kann man das bekommen. Genau. Kann jeder Kunde natürlich individuell bestimmen, wie viel er erklärt haben möchte. Also mittlerweile haben die Autos einfach so wahnsinnig viele Funktionen. Gerade die neuen mit dem MBUX Multimedia System. Und man kann auch nicht so lange zuhören. Also erfahrungsgemäß. Jeder stellt seine Fragen so, wie es für ihn gerade wichtig ist oder relevant ist. Das ist der große Moment. Und jetzt zur Erklärung nochmal für alle, die jetzt hier zuschauen. Ihr habt vielleicht den Anfang von CarChanger verpasst. Wir haben am Anfang... Also wir haben einen A3 geholt. Audio A3 für, ich glaube, 1800 Euro sowas in dem Dreh. Haben den dann verkauft für ein bisschen mehr Geld. Haben uns hochgearbeitet, hochgearbeitet. Haben jetzt ein bisschen mehr Budget. Und dieses Auto kaufen wir für diese Menschen alle und verkaufen es auch wieder, damit wir am Ende beim Event, welches irgendwann mal stattfinden darf dann hoffentlich. Ja. Ein richtig schönes Auto zum Gewinnen haben. Dieses Auto wird man nicht gewinnen können. Und jetzt für alle, die denken, ach, ich hätte was anderes gehabt. Egal. Eure Chance ist noch da. Wir werden mit diesem Auto ein paar Euro verdienen. Und deswegen würde ich dich bitten, kannst du hin... Braucht man zwei Leute zum Ziehen oder schaffst du das alleine? Ich schaffe das auch alleine. Weil dann mache ich hier vorne so eine Enthüllungsgeste. Eine Laola für den Mercedes, den ihr jetzt vielleicht erahnen werdet. Es kann losgehen. Es kann losgehen. Und wir haben für euch geholt, im wunderschönen, schlichten Weiß, ein A180. So wie das Auto ausgestattet ist, jetzt werden einige von euch sagen, oh, hallo gehen und Co. Ich finde, wir hatten es ja vorhin mal kurz von dem Thema hier Ausstattungslinien mit Style, Urban, irgendwas. Das ist eigentlich mehr urban und City geht eigentlich gar nicht. Weil was brauchst du in der Stadt? Eine Einparkhilfe? Die hast du drin. Wenn dir kalt ist, hast du eine Sitzheizung. Genau. Hände vom Lenkrad brauchst du auch nicht. Hast Multifunktion, was Serie ist. Fertig. Und Navigation, Urban noch. Und Navigation. Also, so ein Grund, warum wir das Auto auch geholt haben. Das eine ist natürlich, klar, wir arbeiten mit Beresa zusammen. Vielen Dank für die Möglichkeit. Weil, jetzt könntet ihr wieder sagen, ja, warum seid ihr denn bei so einem Mercedes Auto aus? Aber wenn wir nicht hier wären, würde dieses Projekt nicht so vorwärts gehen. Und du, ja genau, dich gucke ich an, könntest am Ende nicht ein schönes Auto gewinnen. Und das andere ist, wir haben ja früher auch viel Gebrauchtwagenvermittlung, Vermarktung und so gemacht. Und immer, wenn wir so eine A-Klasse hatten, vor allem in Weiß, weg. Die sind super beliebt. Das war ja auch die erste schöne A-Klasse nach dem Elch. Das ist schön, wenn du das sagst, ist das okay, wenn ich das sage. Ja, und endlich halt auch ein Auto, das jüngere Leute angesprochen hat. Also, ich glaube auch, dass so ein Auto für junge Leute interessant ist, weil es ist halt so ein guter Einstieg in die Mercedes-Welt. Und wenn man das mal so mit früher vergleicht, wir haben ja viele dabei, die gerne Autos aus den 80er, 90er noch sehen. Was heißt denn früher bei Mercedes haben? Du wolltest so richtige Stammpischparolen. Und du wolltest sagen, mein Auto fährt über 200, geht in unter 10 Sekunden auf 100. Ich habe da Sitzseitungen drin und ich habe einen Stern vorne drauf, weil ich Mercedes fahre. Also, ich glaube, so die ursprünglichen Mercedes-Werte, die kriegen wir mit dem Auto sehr, sehr gut rüber. Und ich weiß nicht, Tim, willst du vielleicht noch mal so einen kleinen Blick hier reinwerfen? Dann komm doch mal zu mir rüber. Dann können wir hier einfach mal so einen kurzen Blick werfen. Ja, wir haben auch, wenn ich es richtig gesehen habe, erste Hand ist die A-Klasse? Richtig, genau. Das heißt, wir haben hier ein sehr neues Modell aus erster Hand, wo man keine Kopfschmerzen mit dabei hat. Und jeder von euch hat jetzt grundsätzlich die Möglichkeit, dieses Auto zu erwerben. Wer jetzt denkt, dass wir es einfach nur überteuert verkaufen, der liegt auch fehl. Von daher, das heißt, wir geben es zu einem attraktiven Kurs weiter, damit es mit Car Changer weitergehen kann. Und dann wäre ja auch natürlich unsere Ambition, dass wir euch bei euch so ein bisschen hocharbeiten können. Weil, ich meine, du wirst jetzt auch sagen, das ist ein cooles Auto für die Stadt, aber wenn du so die Wahl hättest, das alte Mercedes-Modell, würdest du wahrscheinlich auch ein bisschen was anderes nehmen, oder? Kommt darauf an, was ich jetzt suche. Wenn ich jetzt einen Gebrauchtwagen zu einem guten Preis und zu einem günstigen Preis suche, ist das natürlich ein schönes Modell. Und mit der Ausstattung hat es halt alle Basics, die man so braucht. Und genau das ist der Punkt. Die Basics haben wir ja alle drin. Und unser großes Thema ist, Tim macht immer wunderschöne Bilder, wir verkaufen das. Und dann, ja, der Wunder des Autoverkaufs, wir haben dann wieder ein paar Euro mehr, wenn wir wieder zu euch kommen, dann können wir vielleicht doch mal über die Basics hinweggehen. Und dann kann wiederum jemand von unseren Zuschauern ein Auto gewinnen, wo alle sagen, echt jetzt? Das hat er bekommen, er hat nichts für bezahlt. Von daher würde ich sagen, ja, springt alle mal über den Schatten, teilt das, kommentiert das, sagt, was ihr von dieser A-Klasse haltet. Und wenn jemand einfach einen Mercedes haben will, mit dem er gut unterwegs ist, ist das eure Chance, das Ganze zu kaufen. Und von daher überlasse ich dir die letzten Worte, was es am besten ist an dieser A-Klasse. Und dann haben wir es auch schon geschafft. Das Allerbeste, das Allerbeste ist tatsächlich serienmäßig. Und zwar, der Wagen hatte, oder alle Fahrzeuge, alle neuen A-Klassen dieser Baureihe haben serienmäßig schon einen Kollisionswarner. Also Thema Sicherheit, wo Mercedes einfach immer so ein Vorreiter war, halt auch in der A-Klasse. Sehr gut. Das heißt, unser Tim ist jetzt sicher unterwegs. Wir machen die Kamera aus. Ihr seht noch ein paar nette Impressionen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann erzählen wir euch, was aus der A-Klasse geworden ist. Und vor allem, ihr seht, was man dann gewinnen kann und wie es weitergeht. So, dann mal Butterbeide-Fische zu den wichtigen Themen. Apropos Fische, Tim, hast du ja nicht gesehen, dass wir Sharkskin-Technology haben? Nee. Anerstens, ein Hai ist kein Fisch. Und zweitens, es geht immer vorwärts hier. Immer vorwärts mit dem Auto. Das erklärt die Traktion. Tim ist auf jeden Fall die erste Stunde jetzt mit dem Auto unterwegs gewesen. Und wir machen jetzt schon ein kleines Fazit, wie das Ding so fährt, weil es bald dunkel wird. Und wir haben da oben übrigens schon mal zwei Videos gefilmt. Deswegen dachte ich, ich lasse so ein bisschen Gefühle aufkommen. Tim, wie fährt dieses Fahrzeug? Dieses Fahrzeug fährt grundsätzlich gut. Also, ich bin ja jetzt ein A6 gewöhnt, ist eigentlich so der perfekte Kleinwagen. Er ist wendig. Da, wo du zum Beispiel mit dem Dreier gedreht hast komplett, war ich erstaunt, weil ich wusste ja nicht, was auf mich zukommt. Ich musste nicht ausholen oder so. Wie wendig und klein dieses Auto ist, das ist toll. Und es verbraucht wenig. Und du hast aber auch festgestellt, dass die Übersetzung relativ lang ist. Das heißt, 160 bist du bei was? Bei 3.000 Euro gefahren, ja. Und das ist echt ganz cool. Jetzt aber die wichtigen Fakten für die von euch, die sagen, eigentlich fände ich sowas ganz gut. Ich unterstütze damit, dass auch das Car-Center-Projekt und der Preis ist auch in Ordnung. Was kriegt ihr hier? Das ist eine 2017er A-Klasse. Das ist ein A 180, handgeschaltet. Sechs Gänge haben wir gerade gesehen. Wir sind ein bisschen bei über 90.000 Kilometer. 91.000 und ein bisschen was. Wir haben eine digitale Service-Historie. Das Auto war immer bei Mercedes. War auch zuletzt dieses Jahr. Und erst vor ein paar hundert Kilometern, glaube ich, beim Service bei Mercedes. Das heißt, Service ist drin. TÜV haben wir auch noch anderthalb Jahre. Das heißt, das zum Laufelmachen lohnt sich im Moment noch nicht mal. Steht auf guten Allwetter-Reifen. Und ausstattungsmäßig haben wir halt die Sachen, die man braucht. Das heißt, wenn ich auf die Autobahn will, dann habe ich ein Tempomat mit an Bord und die lange Übersetzung. Wenn ich in die Stadt will, dann habe ich eine Sitzhaltung, damit mir zügig warm wird. Und vor allem, ich habe auch die Einparkhilfe vorne und hinten. Und damit ich den Weg aus der Stadt auf die Autobahn finde, habe ich auch noch ein Navigationssystem. Das heißt, ich habe so die Basics. Der eine oder andere würde jetzt halt sagen, ja, ich brauche doch hier noch Full-LED. Also, Voll-LED. Doch, die Facelift haben Voll-LED, die Vor-Facelift haben Xenon. Aber, ja, das ist halt so dieses pure Mercedes-Fahren, finde ich, irgendwo zu sagen, ich kriege die wichtigen Sachen mit. Für die Stadt ist das Auto top. Und dazu trendiges Weiß. Ja, genau. Können wir also an der Stelle mal festhalten. Von daher sind wir eigentlich ganz schön und zufrieden. Ihr habt ja innen so das Wichtigste eigentlich auch gesehen. Wir haben gerade nochmal entdeckt, alle A-Klassen. Im Übrigen ist in der Mittelarmlehne zwei USB-Slots. Die habe ich Tim jetzt gerade nochmal gezeigt. Deswegen kann er auch friedlich jetzt sein Handy laden. Und, ja, was ich übrigens ganz interessant finde, ist einfach das Material vom Lenkrad. Weil ja, nein, kein jeder Lenkrad, aber dieses Perforierte ist auf jeden Fall ganz interessant zu sehen. Fühlt sich auch wertig an. Genau. Und man muss dazu sagen, das Auto ist, wie gesagt, erste Hand. Also, erste Hand. Durchgehend Checkheft gepflegt. 91.283 Kilometer. Bis das Auto inseriert sind, wird es wahrscheinlich knapp 92 sein, weil wir einfach das Auto noch zurückfahren müssen. Und, ja, auch solche Sachen wie Lichtsensor und Co sind natürlich an Bord. Also, habt ihr alles das gesehen? Könnt nochmal, ja, wobei, den Koffer haben wir jetzt jetzt vollgemüllte. Also, von daher, alles drin, alles Strom, alles dran. Hat eine Rückbank. Hat eine Rückbank. Und dann haben wir das Wichtigste gesehen zu diesem Auto. Und alle, die von euch jetzt sagen, boah, die ist war klasse, ich kann die nicht sehen. Naja, wir sind auf jeden Fall über unseren Schatten gesprungen und sagen jetzt, wir nehmen das hier mit. Von daher, spring auch du über deinen Schatten. Sorg dafür, dass alle Car Changer kennenlernen. Damit du und deine Freunde eine Chance haben, ein schickes Auto zu gewinnen. Und ja, wie gesagt, diese A-Klasse ist für uns so ein bisschen mittel zum Zweck. Aber ich muss sagen, ich bin sehr, sehr positiv überrascht. Von daher, herzlichen Dank nochmal an Bereza für die Zusammenarbeit. Danke an Tim dafür, dass es jetzt nach Hause fahren wird. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.